Mensch, Räuchlin, heutzutage brauchen wir doch gar keine Bücher mehr, wenn man Informationen will. Da gibt es jetzt das Internet. Das was? Das Internet. Gucken Sie mal da an das Schublad. Das ist ein Internet? Neudische Tablet. Was? Ein Tablet, ein kleiner Computer. Was? Ein Computer? Was ist denn ein Computer? Ach, Computare rechnen, lateinisch. Ja, also ein Gerät, das mittels Programme, Daten und Informationen verarbeiten kann. Unter anderem auch Texte und die findet man im Internet. Das ist ein weltweites Netzwerk von miteinander verbundene Computern. Aha. Da sind da sämtliche Informationen drin und alle Bücher? Naja, vielleicht nicht alle, aber schon ziemlich viele. Aha. Mensch Keller, ich dachte, ich komme hierher, um den jungen Menschen etwas beizubringen und stattdessen lerne ich jetzt etwas. Ach, das ist eine Zauberei. Nein, nein, das sind moderne Medien. Oh, das ist ja unglaublich. Die Erde vom Weltall aus gesehen. Oh, schaut mal. Haha. Mensch, Herr Keller, herzlichen Dank, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ach, naja. Ah, das ist Europa, das erkenne ich. Dann muss das Indien sein. Ne, ne, das ist Amerika. Was? Amerika. Dann ist Christoph Kolumbus, als er nach Westen segelte, gar nicht in Indien gelandet, sondern hat ganz nebenbei einen neuen Kontinent entdeckt. Ja, genau. Und der heißt Amerika. Mit Navi wäre das nicht passiert. Mit was? Ach, vergessen Sie es. Nostra Terra. Wie bitte? Lateinisch, unsere Erde. Wie schön sie ist. Gottes Schöpfung. Amen. Name. Name. Let's that 2! Voilà.